Hallo, ich bin Marilyn. Ich bin froh, dass ich hier im Lebenswasserstudio sein kann. Und ich möchte, dass ich meine Zeugnisse und eine Geschichte von meinem Leben habe. Ich möchte da anfangen, wo ich 15 Jahre alt bin. Was ich 15 Jahre alt bin, haben wir noch nicht in der Nacht. Aber wir haben dann eine Bibelklasse, die ich überpasst habe. Und das hat mich zu verstehen, dass ich Jesus als mein Heiland annehmen soll. Und das ist, was ich dann gemacht habe. Und ich fühle mich so leid und so rein. Ich bin so dankbar für das. Und ich wusste, dass ich das zu meinen Eltern und meine Freundinnen würde. Aber ich bin so glücklich, dass ich mich das gemacht habe. Und ich lasse mich viel in der Bibel nicht. Also, ich wusste mich. Und ich bin so glücklich, dass ich meine Christen bin. Und ich bin so eine sehr starke Person. Ich bin so eine sehr starke Person. Ich bin so eine sehr starke Anzeige von mir selbst. Ich wollte mich mit Menschen reden. Und ich werde mich nicht tun. Ich hatte Angst, ich werde mich nicht tun. Ich hatte Angst von meinen Freund. Und ich bin so eine sehr starke Person. Ich bin so glücklich, dass wir uns befreien. Und ich bin so glücklich. Und wie auch unsere Freundschaft. Und ich bin so glücklich. Und wir sind mit Ernie Kornelson. Und wir sind dann die Leben zu arbeiten. Und wir haben uns zu hören. Und uns sind das schön. Und er wollte einfach so meine Reden. so ich fang mit langsamen an, präubte ich, Maja zu reden. Nu, zweieinhalb Jahre, hattet wir ein Baby in Sein, Teri, ein gesundheit, kleines Baby. Da war ich so dankbar für. Und wenn wir uns in nu, einhalb Jahre, können ich nicht drehen werden, so fuhr wir nun ein Doktor, und ich habe mir was, dass es Pahle. Und dann war ich drehen mit Twins, Shirley und Stanley. Und was sie geboren werden, dann sagte ich dort, Stanley läuft nicht ganz so, als gewöhnliche Baby steuert. Heidei langsam mal zu nehmen, als andere Tänge. Nu, drei Jahre, dann hat wir noch ein Baby sehen, ein gesundheit Baby, Charles. Und so, ich hatte vier Tänge, und mir ging es überschauen mit meinen Tänge, ob ich hatte färgen Angst, wenn ich so dachte, dass Jesus wird bald war, kommen, ich verhalte mich bloß, gleich rüht, wenn ich wieder in Leer war, mein Christ. Und ich wusste bloß, wo ich zu diesem Frieden war, kommen. Als ich von euch 30 Jahre alt war, dann käme das Samana von uns, und dann hörte ich die Botschaften bei uns. Durch das kann ich mich fresh abmelken, und dann hörte ich und das hat mir dann auch geholfen, dass ich Dala, Zechra war und Christus. Ich war es auch. Und ich rei dann mit einem von der Frühstuhl, und sie lehrte mich, dass ich so positiv denke, nach Philippa, vor allem auch. Da sagt er, wir sollen an gute Dinge denken, an läufliche, reine, an andere Wahrheit. Das wurde er gesagt, und ich dachte, so was ist das? Aber ich probiere das. Ich habe mich das mit langsamen Gelehrt über die Jahre. Was sie noch seht, wie für jeder negative Gedanke, soll ich zwei positive Gedanke haben. Mein Mann, Ernie, der kauft mir eine neue Bibel. Die kann ich besser verstehen, als die, was ich auch gehört. So, ich soll das schauen, das lesen und studieren. Und dann war ich auch eine sinnliche Lehrersche, für Jugendmeier alles, und für die Frühjahrs, wo ich noch mehr lehrt aus der Bibel. Ernie, der gleicht, alle hante verschiedene Dinge zu tun, um das Leben zu machen. Er wird sehr gut und wird fixen. Er hat viele verschiedene Dinge gefext, aber er hat sich lange, mehrere Jahre, gewächst. Er war der Zeit nicht genug, oder nicht genug, um zu leben. So, er hat dann auch Scheles-Akern, in Erbären, und über dem hat wir auch Schöp, viel Schöp. Und unsere Kinder war dann auch alle in der Schule. So, wir haben unsere Zeit da, zum, das Schöp ist, und es war viel krank, so, wir dachte, das ist taup. Und auf der Wienste war viel krank, war es für Kaffi-Day, und dann fing wir an mit Baum. Dann hat wir den Baumgarten, was da nun in Gewäß ist. Für das, wir auch, am Neu-Frens-Kamertai, ging mir sehr Schöp, dort zu schäufe. Das hat mich, dass ich kein Bruder war, und ich hatte meine Schöp, mit einem Gefrüß. Und irgendwie war, an das Kamertai-Berne, für, äter in Klöder, Nordebäu, vier. Für mich mal mit Amat, und das hat von Schöne gingen. Ans älter, sehen Terry, die befriede sich, war, an der 2010, und sie hatte über dem zwei Jungen. An der 2010, fang Ernie ein Trübel, zu kriegen, mit Zin Rüge. In der Rübe, wir führen viele Neu-Trag-Merkers, aber das halb nicht. Über dem, im November, dann kann er nicht mehr an eine Mahlzeit durchsetzen, wenn er so eine große Wideau hat, dann können sein Bruder und ich bereden zum Nachmittag davor. Und da wird dann auch fußtests gedäunen, dass wir dann ein Tumor durch einen Rüge strang und dass wir kreiften. Und ich hatte so eine Mahl, dass wenn mich so feil dass wir teuf auf von Jezus, dann bet ich dass wir nur an Jezus kommen. So das was ich hier gedau habe. Das wäre Gottes Weg von uns nur an an tragen. Das wäre ein schwerer Weg. Aber Gott braucht doch schwere Weg um an 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 tragen. Ich habe nicht um kreif gebet. Ganz sicherlich nicht, dass ich sehe , dass wir Gottes Weg um an 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 tragen. Das ist so wie ich vertelle Desse Weg Nächste Weg Dove wieder. Gott рет